Auf zum Schatten-Labyrinth! Schatten? Wir haben die das früher immer genannt, Schlappi oder so, ne? Was ich oft gesehen hab, mit abgekürzt. Und suchen auch Leute für Schlappi. Äh, wo ist denn das? Ich war da heute schon einmal vorbeigefahren, Dings. Ich glaub hier war, doch hier ist das, das Schatten-Labyrinth. Genau, das mit der Tür. Wo wir immer ausprobiert haben, weil die Tür geht ja irgendwann zu, ne? Die geht so seitlich auf, ne? Wollten wir mal gucken, wird man da zerquetscht. Lass ihn mal zerquetschen. Hm. Hm, ok. Das ist natürlich gewesen, ne? So, jetzt. Ich glaub, da stirbt man. Also ich glaub, früher wurde man zerquetscht. Ich bin mir nicht sicher, ich will nix Falsches sagen, ne? Ich bin hier natürlich. Hey, Glückwunsch zum neuen... zuhause, ne? Und grad bist du durch ne geschlossene Tür gelaufen. Oh, coole Sache. Ja. Ja, wenn wir uns gerade, ne? Hm. Und hier überlegt? Das vielleicht nur, äh, Weichstein, oder was? Hm. Ah, was war hier eigentlich? Ich... Ach, ok, ich erinnere mich nicht. Die ist ja relativ groß eigentlich, ne? Hm. Ohne? Ja, ne? Wo? Ja, ne? Ja, ne? Ja, wo? 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 Ich sterbe nicht und so. Ich habe kein Ziel. So, und so jetzt mal mal und so, ne? So. Das sagst du immer. So. So, ja, das ist mir auch schon gefallen. Das ist wie, auf jeden Fall. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall gesagt, ey. Ja. Und so. Kommt das zu Phasen von, äh, Gerinnwasserabsenkung, wo man dann irgendwie, bestimmte Sachen einfach immer wieder 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 holen. Und so. Mhm. Gib mir mal. Spitti. Los. Los. Scheiße. Ich weiß nicht, was sind die Polen hier? Ein Scherz hier. Was für ein Schiet, man. Und so. 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 Wir sind mal ein, ne? Ich kann zumal klar und so. Ach, sch. Ich nehm alles. Oh. Graf ich den an, aber der geht ja erst wenn hier stimmt. ich weiß, sie kommt mal noch nach hinten laufen und so und so? und da gab's dann und so eine Questin so die muss man glaube ich jemanden befreien für für eine Questin, die nicht erst... ja stimmt okay so jetzt kommt diese größere Halle da, ne? und so okay jetzt haben wir klargemacht und so und so und so gib mir mal ihr Sockel und so und so und so und so Na Jo, ne echt jetzt? Scheiße, ich wollte Blesschen, nicht du Ja Boah, da war Siehste, und schon hast du alles wieder ins Ungleich übrig gebracht Und so Also Bist du Und so Max Ich hab so einen Hunger als Erwanderung Du, haltest auch was das hier Nicht so schnell, hm? Das ne, ja Natürlich Hallo Ja, hallo, grüß dich Ja, hier ist einer Knopfige Ja, die erscheinen ja so, kann ich hier nichts für Hallo es ist wichtig ist nicht so weit mit dem und so gut so recht scheiße keine Niederstrahlen mit zwei ja noch die Klobensmittel Guck mal, gehen ja voll einfach kaputt Siehst du, was du an Damage machst? Mhm 340 dps Den auch noch klammern, ne? 340 dps Schüchschüch Was ein Burst, ne? Ja Lach mich für mich angst Ich auch nicht mit Ich sehe wo die sind, Rimm gerade drauf Ja? Ja, mir wird das angezeigt, gequältes Skelett überall hier an der Minimap Siehst du? Mhm Irgendwo hier in der Ecke ist auch noch eins zum Beispiel Fünf EPs habe ich jetzt für diesen Skelett bekommen Joa Wofür ich tu? Wofür ich nicht? So Boah Oh mein Gott Mhm Sieht aber schon eigentlich cool aus, oder? Ja So hier oben ist auch noch eins Großmaul Ach nee, 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 Großmaul Tack Warum stopp? In den Folianten musste man ja auch noch anklicken, ne? Ja Ja Er kommt nicht scheiße auf die zwei Skelettere oder so Und so, ne? Mhm, und so Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott! Mhm Scheiße, wenn die nicht mitkommen Ah, stimmt Die bin ich auch schon mal verreckt, weil keiner diese Weil diese Mobs immer gespawnt sind Keiner diese Seelenbinder oder so weggeballert So So Er weiß nicht, wer den Bosse denn Pop bestimmt auch schon mal verreckt So, und so So, hohohohohoho Tsch Peggy Kaputt Schatten nodig Oh, ich war hier noch nie drin Juh story Ich bin schon Helst Ahahaha Es ist schon Ahh Prozent mein Gott war so aufregend ja und das erste Mal hier was du bist ja nicht mehr aufgestiegen ne dann bist du nicht mehr hoch ne das kommt ja nein das bin ich nicht ja gut dann wenn wir noch 20 mal durchlaufen müssen nein wir könnten äh Blutkessel oder wo oder so m ja machen wir noch einen Blick